Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und mal wieder zu Quad-Metals-Belohnungen. In letzter Zeit hatte ich ja nicht so viel Zeit, dass ich das Ganze zock, aber jetzt habe ich es mal wieder geschafft, dass ich eine Woche ein bisschen zock. Und es sollte Elite 1 sein. Ich hatte 46.000 Punkte, also ich gehe mal stark davon aus, dass es Elite 1 ist, sonst Elite 2. Jetzt sind ja so Team of the Season Picks. Die Picks sind bei Elite 1 und Elite 2 die gleichen. Bei Elite 3 gibt es einen Pick weniger, also eine Option zur Auswahl weniger. Und von den Picks her ist da jetzt auch nicht so viel Unterschied. Die sind einmal zweimal 50 Carpacks und einmal, ich weiß nicht, 51 Carpacks und sonst noch irgendwas. Und ja, bevor ich das Ganze abhole, wenn es das Ganze gefällt, like, au, kommentar, würde ich mich riesig freuen und ja, nicht viel schnacken rein da. 3, 2, 1, holen wir uns ab, komm, bitte sei Elite 1. Bitte sei Elite 1. Und, oh, fuck. Schade, Elite 2. Bah, wie viele Punkte hat man gebraucht? Bitte. Hier hat man einen 50 Carpack und ein Premium Gold Profi Pack. Und das Interessante, einen 92 Plus Team of the Season 1 und 4. 92 Plus ist nicht schlecht, aber es kann auch relativ viel Schmutz dabei sein. Und ich würde sagen, komm, machen wir einen R3-Pack. Machen wir einen R3-Pack. Das heißt, ich schau nicht hin. Es geht auf und ich weiß nicht, ob die Picks rot oder blau sind. Sie sind, oh ja, sie sind blau. Was, die sind auch dabei? Warum sind die Moments auch dabei? Ja, EA. Okay. Mal an. Summer. Zumindest das Rating. Okay. Wieder mal danke für nichts. Jetzt machen wir noch die Packs auf. Ich werde noch irgendein Pack dazu öffnen. Denn da habe ich hier ein paar, ich wäre so irgendein, 285 x 5 nehme ich noch mit. Was war es hier? Hier, Premium Gold Profi. Vielleicht ist ja irgendwas vom neuen Event drinnen. Aber ich habe jetzt, wie was im Stream wissen, ich habe glaube ich 35 Player Picks, 82 Plus aufgemacht. Und auch extrem viel Packs. Und da war nichts drin. Ich glaube, das Einzige, was ich gezogen habe bis jetzt, und der war eigentlich Mist. vom Make Your Mark Event. Da ist ja auch nichts drin. Und wer ist das? Ein Bruno? Ja, ein Bruno. Zumindest, zumindest ist es ein Walkout. Zumindest ist es ein Walkout. Komm rein da. Das Ganze hier rauf. Und ich habe noch irgendein Pack ein gutes. Was war das? Hier 90 Plus. Ja, komm. Komm, das machen wir auf. Und. Ein 85 x 5 und das hier, komm. Komm, rein da. Gönn was, gönn. Es ist wieder nichts. Es ist wieder ein Walkout. Ein Öligat. Ich ziehe seit vier, vier, fünf Wochen. Ich ziehe nichts mehr. Ich ziehe echt nichts mehr. Ist die Backweight echt so schlecht? Oder es ist einfach nur bei mir, dass ich nichts mehr ziehen kann? Okay, ein 88er und ein Dings. Da komm, die stoße ich jetzt schnell ab. Die kann ich mir zurückholen. Und da gehen wir noch hin, dass 90 Plus irgendwas Back rein. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Was da alles drin ist. Steht so rein. Es wird ein Team auf der Season. Es wird ein Team auf der Season. Es ist schon vorbei. Es ist schon vorbei. Amerika ist schon vorbei. Und natürlich ist es genau 90. Ich weiß nicht, was los ist. Schreibt mal rein, ob ihr das sagt seit ein paar Wochen, dass ihr absolut nichts mehr zieht. Aber absolut. Bei mir ist es schon richtig frustrierend. Es ist schon richtig bodenlos, was ihr in mir gönnt. Wahrscheinlich habe ich die auch irgendwie doppelt. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Auf jeden Fall schreibt es rein, wie ihr es jetzt in den letzten Wochen. Es würde mich echt interessieren, ob es nur bei mir so kacke ist oder ob es generell so schlecht ist. Und dann war's das von dem Video. Ich wünsch euch was. Haut's rein und ciao. Bis dann.